Den August haben wir hinter uns gelassen und er ist statistisch gesehen der schlechteste Monat an der Börse und jetzt scheint die Jahresendrallye voll im Gange zu sein und ich bin schon 0,77% im Plus und mit einer Gesamtperformance von 20,64% auf dem Weg, den Markt dieses Jahr deutlich zu schlagen. Mein Name ist Philipp von den Aktien Buddies, ich bin 33 Jahre alt, meine Strategie ist Buy, Hold & Check, bei den ETFs nur Buy & Hold. Insgesamt gab es dieses Jahr schon 8 Käufe, 2 Verkäufe, 76 Dividenden, ich besitze 28 Einzelaktien und habe ein Einzelaktienvermögen von ca. 32.000 Euro. Wie ich vorgehe, wie meine Strategie ist, erfährst du hier in diesem Video, denn heute erfährst du völlig transparent alles über meine Käufe und Verkäufe, meine Depotentwicklung, welche Dividenden ich erhalten habe und was ich plane als nächstes zu kaufen. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei den 17.857 Abonnenten bedanken und möchte dich recht herzlich einladen, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, somit verpasst du kein spannendes Video mehr und du erhältst auch noch den Mehrwert unseres Aktienpodcasts. Fangen wir direkt an mit meinen Positionen Käufen und Verkäufen. Aktuell habe ich wie gesagt 28 Einzelaktien, diese verteilen sich über verschiedenste Branchen. Meine letzten drei Verkäufe waren John Deere, Xylem und WeWork. John Deere habe ich etwas mehr als ein Jahr gehalten und mit fast 30% Rendite verkauft. Warum? Hier habe ich einfach immer das Gefühl, wir haben hier ein zyklisches Unternehmen und deswegen wollte ich hier einfach Gewinne mitnehmen. Bei Xylem gab es einen relativ schnellen Ein- und Ausstieg oder eher einen schnelleren Ausstieg. Dieser war so nicht geplant, aber Xylem scheint aktuell ein paar Probleme zu haben. Es gab auch eine Short-Attacke und ich möchte mich eigentlich so wenig wie möglich mit exogenen Faktoren zu meinen Investments, ja oder mit meinen Investments beschäftigen. WeWork war einfach nur ein Trade. Ich habe gesehen, dass die Reddit-Army, die WallStreetBets hier auf WeWork gegangen ist. Sie haben gesagt WeWork und innerhalb eines Tages waren hier 90% Rendite drin. Bei allen drei Aktien haben sich die Verkäufe aktuell gelohnt. Warum? Weil die aktuellen Kurse unter meinen Verkaufskursen sind. Die letzten drei Käufe, die ich getätigt habe, waren die MSCI, Budd und Brookfield. MSCI habe ich am 21.08. gekauft zu 484,45 Euro je Aktie. Was ist hier die Idee? Einfach tatsächlich, die Menschen wollen mehr und mehr für die Altersvorsorge machen und für mich sind sie einfach hier der Schaufelhersteller. British American Tobacco folgte am 29.08. zu 30,98 Euro die Aktie. Und hier habe ich, ich sehe einfach eine riesen Unterbewertung. Die Dividende ist ja hoch. Die Anzahl der Raucher weltweit nimmt zu. Nächstes Jahr will man auch noch profitabel werden mit den ganzen rauchfreien Produkten, also Vibes etc. pp. und diese werden auch Margen von angeblich über 60% einspielen. Brookfield Asset Management ist das letzte Unternehmen, welches ich gekauft habe. Letztes Jahr hat sich Brookfield aufgeteilt, einmal in die Brookfield Corporation und in die Brookfield Asset Management. Ich finde das Geschäft mit Vermögensverwaltung viel interessanter. Hier gibt es hohe Gebühren. Sie haben auch jetzt kürzlich einen Investorentag gehalten. An diesem haben sie angekündigt, sie wollen es schaffen die Aktie eigentlich jedes Jahr um 20% zu steigern und sie wollen auch in den nächsten Jahren die Dividende um durchschnittlich 15-20% erhöhen. Meine persönliche Annahme dazu ist bei 15%, dass die Dividendenrendite bei meinem Einstiegskurs in ein paar Jahren tatsächlich bei ungefähr so 7% liegen wird. Des Weiteren bieten sie jetzt nicht mehr nur Vermögensverwaltung für die Brookfield Corporation an, sondern auch für Versicherungen, Pensionskassen und vielen weiteren Kunden und sie wollen auch das verwaltete Vermögen auf 2 Trillionen Dollar erhöhen in den nächsten Jahren. Kommen wir zur Depotentwicklung und Bewertung. Die aktuellen Indizes laufen sehr gut hier to date, also passives Anliegen lohnt sich natürlich der Nasdaq 100, hier mit 40,23% seit Anfang des Jahres im Plus, aber auch der MSCI All Country World sowie der S&P 500 und der MSCI World kann sich sehen lassen. Passives Investieren lohnt sich also immer. Ich bin ja überzeugt genug, dass ich den Markt oder töricht genug, dass ich den Markt schlagen kann und aktuell läuft es ganz gut. 20,64% ist mein Depot im Plus. Der schlechteste Monat war bisher im Jahr 2023 der August mit minus 1,17%. Der beste Monat war der Februar mit 5,76%. Kommen wir zu meinem Flop 5,2023. Humana minus 6,57%. Hier haben wir einfach die News gehabt, dass in den USA die Parteien den Krankenversicherern Ketten anlegen wollen, aber ich sehe hier eine Gap im Vergleich zur Bewertung zur United Health. Thermo Fischer fast minus 7%, mit einem Depotanteil von 3,03%, weiterhin 26% im Plus. Ich bin entspannt, ich bleibe dabei. Royalty Pharma, hier freue ich mich, dass ich tatsächlich erst eine halbe Position habe, also hier kann es gerne noch ein bisschen weiter runter gehen. Warum, was macht Royalty Pharma? Sie kaufen sich bei Medikamenten ein und nehmen dann eine Umsatzbeteiligung, wenn das Medikament auf dem Markt ist. Sie sind für mich ein aktiv gemanagter Pharma-Fonds. American Tower leidet natürlich unter steigenden Zinsen fast minus 11%. Hier könnte man gegebenenfalls auch über einen Nachkauf nachdenken. General Mills, hier bin ich einfach ein bisschen verfrüht eingestiegen, minus 11,62%. Nichtsdestotrotz bin ich relativ entspannt, weil, ja, was hat man? Man hat leckeres Hagen das Eis und viele weitere Produkte. Insgesamt in meinem Depot, die rote Laterne, trägt Realty Income mit minus 16%, denner hier minus 15%, American Tower minus 12%, General Mills minus 8%, Royalty Pharma minus 7,33%. Bei keinem diesen Unternehmen bin ich nicht mehr nicht überzeugt sozusagen, also ich bin weiterhin von allen vollstens überzeugt und überlege hier tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Unternehmen nachzukaufen. Dazu erfährst du mehr am Ende dieses Videos. Schauen wir uns die Top 5, also wo Schatten ist, da ist auch Licht im Jahr 2023 an und hier führt ganz vorne Amazon mit 56% im Plus, Year-to-Date, Crowdstrike 51%, Broadcom 48%, Microsoft 34% und Constellation Energy 28%. Auch hier sieht man wieder an dem Depotanteil, das hier auch mit die größten Positionen in meinem Depot dieses Jahr richtig gut gelaufen sind. Crowdstrike jetzt schon bei 6,29% Depotanteil. Wäre auch deutlich höher, hätte ich damals einfach nicht den Fehler gemacht, immer bei 100% zu verkaufen. Den Fehler habe ich früher sehr oft gemacht bei Visa, bei Crowdstrike, bei Microsoft und ich ärgere mich sehr, weil meine Depotpositionen natürlich deutlich größer wären. Insgesamt die Top 5 meines Depos. Crowdstrike fast 240%, Microsoft 128%, Visa 127% und Constellation Energy mit 108% jetzt schon auf Platz 4. Was machen sie? Sie sind der größte Anbieter von CO2-freier Energie in den USA. Das machen sie hauptsächlich mit Atomkraftwerken. Paychecks wird sich auch meiner Meinung nach wieder berappeln und bald wieder mit den Top 100% sein, aktuell 84%. Schauen wir uns die Tops und Flops Stand Mitte September 2023 an. ASML minus 8,56%. Man sagt ja, angeblich haben wir aktuell Peak Halbleiter, aber die Maschinen von ASML sind über die nächsten Jahre trotzdem verkauft. Thermo Fischer minus 6%, Rollins minus 5,4%, LVMH minus 4,79%, LVMH ist sehr gut gelaufen. Hier nimmt die Aktie sich einfach mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Royalty Pharma auch minus 4%. Die Top Unternehmen aktuell, Crowdstrike 11%, Constellation Energy fast 9%, Amazon 6,35%. Hier wird vielleicht auch schon Weihnachten eingepreist, wer weiß. Microsoft 2,73% und Johnson & Johnson, hier freue ich mich sehr, weil sie noch nicht so lange in meinem Depot sind mit plus 2,32%. Kommen wir zur Bewertung meines Unternehmens. Und wie du weißt, bin ich ein großer Anhänger von Terry Smith und hier ist es so, er sagt, Ich sehe mein Depot als ein Unternehmen mit vielen Segmenten und genauso mache ich das jetzt nämlich auch und ich teile mein Depot ein in 6 Kennzahlen. Return on Capital Investment, also die Kapitalrendite. Aktuell ist der Median bei 21,58%. Die Bruttomarge aller meiner Unternehmen liegt bei 56,97%. Die operative Marge bei 26,54%. Die Cash Conversion, also ich will ja viel Cash, damit ich das in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden als Aktionär bekomme. 99,44% und die Interest Coverage bei 10,94%. Also inwieweit kann man mit dem EBIT seinen Zinsdienst leisten. Und meine Free Cashflow Rendite 3,23%. Wenn du ein Unternehmen hast, was hier reinpassen würde, was diese Kennzahlen deutlich verbessern würde, schreib sie mir sehr gerne in die Kommentare. Kommen wir jetzt zu den Dividenden, welche ich erhalten habe. Insgesamt gab es schon einige Dividenden im September 2023. Die erste Dividende war Visa. 2,11 Euro, auch hier wieder, wie gesagt, ich ärgere mich. Sie wäre deutlich höher, hätte ich damals nicht einfach bei 100% verkauft. Danach gab es Johnson & Johnson, Constellation Energy. Warum habe ich zweimal Dividende erhalten? Weil man einfach bei der Konsorsbank aufgrund des Sparplans hier tatsächlich dann separat nochmal Dividende erhält. Rollins, Microsoft und Otis gab es auch. Ich möchte hier nochmal auf den rechten eingefügten Teil deiner Aufmerksamkeit lenken. Weil es hier einfach auch zeigt, langfristig in Aktien zu investieren, weil die persönliche Dividendenrendite weiterhin steigt. Man sieht es bei Microsoft, die aktuelle Dividendenrendite 0,7%. Ich bin hier schon bei 0,6%. Auch bei Constellation Energy 0,85% aktuell. Ich bin schon bei 1,78%. Und bei Visa muss man auch tatsächlich sagen, aktuell 0,62%. Hier bin ich schon mehr als doppelt so viel im Game mit 1,41%. Kommen wir zur Watchlist und den nächsten Käufen. Und hier muss man auch tatsächlich sagen, diese Watchlist ist auch für unser Wikifolio. Deswegen sind ja auch noch Otis, Johnson & Johnson, Bud oder auch MSCI mit drauf. Weil auch hier gehen wir vor nach dem Ansatz von Terry Smith. Wir betrachten alles als 1 und wollen langfristig halten. Und so reguliert sich eigentlich auch unser Portfolio, aber auch mein Depot immer selber. Weil je besser mein Depot wird, desto schwieriger wird es natürlich auch für Unternehmen hier reinzukommen. Ich überlege auch nachzukaufen, namentlich Royalty Farmer, Denner hier oder auch American Tower. Das war es jetzt schon. Ich möchte mich bei dir bedanken. Schreib mir super gerne Investment Ideen, ein Feedback hier in die Kommentare. Ich bin Philipp von den Aktien Buddies und ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns am Freitag zum nächsten Aktien Podcast. Bis dann. Ciao.